ZZTOP NEXT GENERATION IN THE HOUSE Aber heute sind wir in Löhried, das Eromal Zelt ist gutvoll. Will man nicht übertreiben, aber es ist gutvoll. Die Leute sind geil drauf und ich glaube, alles andere seht ihr, wenn ihr mal schauen. Die Leute sind geil drauf und kommen am 27.12. nach Ostheim mit genauso geil für heute. Jetzt gehen wir raus an das Bier aus Schattenbein, nämlich hier die ganzen Fans, die warten auf uns auf die Frage. Schwenkt mal rüber. Ja! Da sind sie zu Haus, Gummibäen, hüpfen hier und dort und überall. Wir sind irgendwie alle ziemlich nervös hier, ich weiß gar nicht warum, aber ich denke so. Wir sind schon ganz hippelig, beziehungsweise die Evelyn ist hippelig, ja. Heute kommt die ganze Familie von der Eve. Wir wissen nicht, wo sie ist, sie ist irgendwo, sie ist verschwunden. Wow, was ist das? Oh, wir sind einfach nicht mehr. Gummibären, hüpfen hier und dort und überall, sie sind für dich da, wenn du sie traust. Das sind die Gummibären, das sind die Gummibären. Hallo Ladies and Gentlemen, heute Abend sind wir in... Duttenberg. Duttenberg. Die Kenner der deutschen Sprache wissen ganz genau, was die Dutten, was sind, das mit Frauen zu tun hat. Ich bin mal gespannt, ob der Name heute Abend ihr Programm ist in Duttenberg. Wer es nicht weiß, der kann auch gerne mal googeln, was die Dutten sind. Wird sehr interessant, ist eine sehr lustige Sache. Heute Abend sind wir hier das erste Mal. Ich glaube, es wird richtig gut. Geiles Wetter, was will man hier. Wetter passt, ja. Richtig fette Bühne. Open Air heute Abend. Open Air. Richtig. Open and Air. Open and Air. Da knallt's, Freunde. Da seht ihr das. Wir sind heute in Duttenberg. Ich komme von hier. Ich bin hier aufgewachsen. Und... Das sagt sie nur so. Meine ganze Familie kommt von hier. Und ich freue mich unglaublich, heute hier Heimspiel zu haben. Zur Unterstützung ist Vitor dabei. Ja, Vitor, Lopez. Vamos, Rodriguez, Vier, 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 Vier. Vitor, Lopez reicht erst mal. Alright. Dann rocken wir die Bude heute Abend. Ja. Vitor ist heute als Gastsänger mit. Wird bei uns. Open Air. Wir rocken jetzt nachher hier in Duttenberg. Und ihr könnt alles anschauen auf dem Podcast. Ich freue mich total. Und ich geh jetzt mal was essen, ich hab Hunger. Ciao. Ciao. Dann viel Spaß beim Podcast. Ich glaube, env improving chroniclerinnen und internationale Not miaue. Wir machen jetzt eine Z저�� mit. Ich liebe mich. Sag es, sag es, sag es, sag es, sag es, sag es, sag es. Sag es, sag es, sag es, sag es, sag es. Sag es, sag es, sag es, sag es sag es. Sag es, sag es sag es, sag es Sie an Bude heute Abend. Ausatmen Ich muss nochmal Danke sagen. Ich weiß nicht, ob das schon drauf ist auf dem Podcast oder nicht, aber ich bin immer glücklich, hier in Ludenberg gespielt zu dürfen oder gespielt zu haben. Ich bin dann im Nachhinein auf dem Podcast. Fühlt euch gedrückt von mir. Ich hab euch lieb. Ich bin dann im Nachhinein auf dem Podcast. Bis zum nächsten Mal.